Das kleine weiße Haus Vor Kurozum träumte ich seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder von dem kleinen weißen Haus. In meiner Erinnerung gelangt man zu dem weißen Haus, wenn man in der Nähe von Schloss Eichholz, einem kleinen Gut sitzt zwischen Köln und Bonn, der lange Jahrzehnte die Konrad-Adenauer-Stiftung beherbergt hat, in eine Nebenstraße einbiegt, die nach einigen Dutzend Metern in eine mit hellem Rheinkies bedeckte Allee übergeht. Natürlich ist das unmöglich, denn zum einen gibt es eine solche Straße nicht, zum anderen liegt das Haus fast in Sichtweite des Rheins. Was bedeuten würde, dass die Zufahrt mehrere Kilometer lang durch Wohngebiete und Raffinerieanlagen führen müsste, von den zu kreuzenden Straßen nebst Autobahn ganz zu schweigen. Aber so ist das halt mit Traumorten. Sie gehorchen einer eigenen Geografie, die zwar nicht richtig, aber doch folgerichtig ist. Wie dem auch sei, gelangt man nach einer Weile zu einer Stelle, an der man sein Fahrzeug abstellen kann. In meiner Erinnerung stand nie ein Auto an dem kleinen weißen Haus. Es war immer nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Bevor jemand fragt, dies hier ist keine Geschichte im eigentlichen Sinne, es geschieht nichts, schon gar nichts Unheimliches. Es ist lediglich eine Erzählung oder besser noch eine Schilderung. Wer Spannung, Grusel oder gar tiefere Erkenntnisse erwartet, wird wahrscheinlich eine Enttäuschung erleben. Mein letzter Besuch in dem kleinen weißen Haus war, wie erwähnt, Jahre her und ich hatte es in der Zwischenzeit völlig vergessen. Aber in dem Moment, in dem es erneut auftauchte, waren mir auch zahlreiche Details sofort wieder gegenwärtig. Die kleine Lichtung, die das Haus umgibt, die drei Etagen, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachboden, Einen Keller gibt es nicht. Und natürlich die Tatsache, dass das Haus komplett weiß ist. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Selbst die Dielen der Treppen und Holzböden waren stets weiß lackiert, sodass einzig die Dacheindeckung, die vermutlich aus Schindeln oder Stiefer besteht, etwas schwereres widersprechendem Charakter des Gebäudes, einen dunkleren Ton zu der Helligkeit des Ortes hinzufügt. Ich weiß nicht, ob die Wände des Hauses ebenfalls aus Holz bestehen oder von weiß getünchtem Putz bedeckt sind, aber ich erinnere mich wohl, dass alles daran leicht und hell ist. Sollte mir in dem kleinen weißen Haus jemals etwas Unheimliches widerfahren sein, so ist es meinem Gedächtnis entschwunden. Da ist nichts, das in mir ein Gefühl des Unbehagens hervorrufen würde. Bei meinem letzten Besuch vor ein paar Tagen begegnete mir vor dem Haus ein freundlicher, älterer Herr von kurzer, stämmiger Statur, mit seinen kurzgeschorenen grauen Haaren und trotz der großen Brille, dem ehemaligen israelischen Präsidenten Yitzhak Shamir nicht unähnlich, der mich nach einer Lesung mit Werken eines Schriftstellers namens Maxim fragte. Auch ein typisches Traumphänomen. Obwohl der Name immer nur gesprochen wurde, weiß ich, dass er Maxim mit KS und nicht wie gewöhnlich mit X geschrieben wurde. Leider konnte ich dem Mann mit dem freundlichen Blick und dem sanften, weichen Lächeln lediglich mitteilen, dass mir von einer derartigen Veranstaltung nichts bekannt sei. Aber ich sah mich dennoch einmal im Haus um, ob sich irgendein Hinweis auf ein solches Ereignis finden ließe. Wie gewohnt waren die einzigen Dinge im Haus, die nicht weiß waren, die Einbände oder die Titel der Bücher, die die zahlreichen Regale und Stellagen füllten. Die Stühle und kleinen Tische, die in den wenigen Räumen zu finden sind, sind ebenso wie die erwähnten Regale von weißem Lack überzogen. Nur ein einziger Gegenstand, der zum Haus gehört, ist dunkelrostbraun. Der Schlüssel, der die halbhohe Türe zur Dachkammer öffnet. Vielleicht sollte ich den Aufbau des kleinen Weißen Hauses noch etwas näher beschreiben. Die Räumlichkeiten sind nicht kompliziert, weisen aber dennoch einige Besonderheiten auf, die zu erläutern dem Unkundigen bei der Orientierung hilfreich sein wird. Das Erdgeschoss des kleinen Weißen Hauses wird von einem einzigen Raum eingenommen, der gelegentlich für kleine Veranstaltungen genutzt wird. Blickt man in den Raum hinein, was der Logik zufolge von der Eingangstüre aus erfolgen müsste, so sieht man an der linken Seite eine schmale, steile Treppe, die entlang der Wand ins Obergeschoss führt. Das Obergeschoss ist etwas verwirrend für mich, denn es scheint sowohl ein einziger Raum zu sein, der die gesamte Etage einnimmt, als auch ein separates Zimmer mit einer, wenn auch schlosslosen, Tür zu beherbergen. Vermutlich folgt die Architektur hier den Erfordernissen des jeweiligen Traumes. Bei meinem letzten Besuch in dem kleinen Weißen Haus jedenfalls war es ein einzelner Raum, in dem zusätzlich zu den Regalen noch einige Etagieren aus stabilem, natürlich weißem Karton standen, die, wie könnte es anders sein, ebenfalls mit Büchern gefüllt waren. Ging man an dem schlichten, weißen, aus robusten, vierkant Hölzern gezimmerten Geländer, welches den Raum zur Treppe hin sicherte, entlang zur Rückseite des Zimmers, gelangte man zu der sehr steilen Stiege ins Dachgeschoss. Diese oberste Etage besitzt einen knapp hüfthohen Drempel, sodass sich durch die Dachneigung von ungefähr 45 Grad genug Standhöhe ergibt, zumal der Aufstieg so steil ist, dass er fast an der höchsten Stelle des Stockwerks endet. Während sich der Raum zur rechten Seite hin öffnet, führen drei schmale Stufen zu einer rund einen Meter hohen Tür, in welcher der bereits früher erwähnte rostbraune Schlüssel steckt. Hinter diesem Zugang befindet sich ein zeltartiger Raum, ein typischer Dachboden, der vom Fußboden und den Dachsparren begrenzt wird. Ich erinnere mich, dass er in einigen meiner Träume eine besondere Rolle spielte, auch wenn ich nicht mehr weiß, welche dies war. Wenn ich an die Größe dieser Dachkammer zurückdenke, frage ich mich, wie sie auf dem Grundriss des Gebäudes Platz finden kann. Aber so ist es nun einmal. In Träumen besitzen Orte genau die Ausmaße, die sie brauchen, nicht jene, welche ihnen die Gesetze der euklidischen Geometrie zugestehen mögen. Bei diesem letzten Besuch in dem kleinen Weißen Haus kam der Dachkammer keine besondere Rolle zu. Alles, was geschah, ereignete sich im Erd- oder im Obergeschoss oder vor dem Eingang des Gebäudes. Neben der Begegnung mit dem älteren Herrn und seiner Frage nach Maxim blieb mir ein Film in Erinnerung. Ein Schwarz-Weiß-Film, wahrscheinlich im Format 16 mm, der ein Abschnitt der kiesbedeckten Schotterallee zeigte, welche zum kleinen Weißen Haus und daran vorbei bis zum Ufer des Rheins führt. Zu sehen war ein Teil der Allee östlich des Hauses, dort, wo sie am Ufer des Rheins endet. Auf diesem kurzen Abschnitt bricht der Weg durch die letzte, etwa drei Meter hohe Geländestufe vor Erreichen des Stroms, sodass auf einem kurzen Stück Wegstrecke eine Art Hohlgasse entsteht, bevor er zum Wasser hinausläuft. An der Stelle der größten Krümmung haben sich Fahrspuren im Kies gebildet, während in der Mitte ein kleiner Buckel stehen geblieben ist, auf dem spärlich, kurzes Gras wächst, in dem sich kleine, welke Blätter von denen den Weg säumenden Birken gesammelt haben. Die Kamera blickte aus einer Position etwas links oberhalb der Hohlstelle in flachem Winkel über die Allee zum Flussufer, offensichtlich unmittelbar nach einem heftigen Regenguss, der den Weg kurzfristig in einen kleinen Bach verwandelt hatte, aus dem lediglich die beschriebene, leichte Erhebung in der Mitte hervorragte. Mit einer kurzen Zeitspanne, in der das Wasser einerseits bereits so ruhig floss, dass es nicht wirbelte und eine glatte Oberfläche entstand, andererseits noch nicht so weit abgeflossen war, dass die Unebenheiten des Untergrundes wieder zum Vorschein kamen, ergab sich dabei ein interessantes optisches Phänomen. Konzentrierte man sich auf die Mitte des Bildes, entstand der Eindruck, als schaue man von einer Stelle etwas oberhalb des Beckenknochens über den Schambereich einer jungen Frau in Richtung ihrer Oberschenkel, wobei der mit Gras und Blättern bedeckte Buckel in der Mitte des Weges den mit spärlichem Schamhaar bewachsenen Venushügel darstellte. Ein Effekt, der durch die kontrastreiche Schwarz-Weiß-Fotografie des Filmes noch verstärkt wurde. Dabei erzeugte der Anblick bei mir keinerlei erotische oder gar sexuelle Empfindung. Am Tag vor diesem Traum hatte ich aufgrund eines Bildes, das in meinem Krankenhauszimmer hing, über das Phänomen der Mustererkennung nachgedacht, welches uns einerseits ermöglicht, Dinge aufgrund weniger markanter Merkmale zuzuordnen. Ohne diese lebenswichtige Fähigkeit wären wir etwa nicht in der Lage, Buchstaben und Ziffern wiederzuerkennen, sobald diese in einer uns bis dato unbekannten Schrifttype geschrieben wären, uns andererseits jedoch Dinge sehen lässt, welche in Wahrheit gar nicht vorhanden sind. Nur weil ein zufälliges Spiel von Licht und Schatten ein Muster bildet, das in unserem Gehirn mit einer bestimmten Vorstellung verknüpft ist. So ließen sich auf besagter Fotografie in den Zweigen eines Baumes Gestalten, Gesichter und Gegenstände ausmachen. Mag sein, dass diese Überlegungen in meinem Traum Niederschlag gefunden haben. Wo der Film vorgeführt wurde, ist mir nicht klar, vermutlich im Erdgeschoss des kleinen weißen Hauses, allerdings schien es mir auch unwichtig zu sein. Auch, ob es neben mir noch weitere Betrachter der Vorführung gab, etwa den kleinen älteren Herrn im grauen Anzug, ist mir nicht mehr gegenwärtig. Tatsächlich sind die flackernden Schwarz-Weiß-Bilder des wenige Minuten dauernden Filmes das Letzte, was mir von meinem Traum und meinem vorerst letzten Besuch in dem kleinen weißen Haus, jenem mysteriösen Ort meiner Vorstellungskraft, im Gedächtnis geblieben ist. An dieser Stelle endet daher, dramaturgisch durchaus unbefriedigend, notgedrungen mein Bericht. Psychoanalytiker und Traumdeuter mögen sich jetzt in Mutmaßungen ergehen, inwiefern das kleine weiße Haus im Allgemeinen und die geheimnisvolle Dachkammer im Besonderen Symbole für Ereignisse, für Ängste, Hoffnungen, Wünsche, für Leidenschaften oder Charakterzüge, die mir zu eigen sind, darstellen. Ich selbst werde nichts dergleichen tun, sondern es als das nehmen, was es ist. Einen Ort, den ich über Jahrzehnte hinweg in meinen Träumen immer wieder besucht habe, zu dem ich vielleicht auch in Zukunft der einst zurückkehren werde und von dem mir, werte Hörer, gefallen hat, ihn mit Euch zu teilen. Ich hoffe, Euch hat es ebenfalls gefallen. Untertitelung des ZDF, 2020